Wenn du Geheimratsecken hast und am erblich bedingten Haarausfall leidest, dann belastet dich das Ganze und du willst eigentlich ein für alle Mal, das heißt endgültig, mit dem Thema abschließen. In der Regel tust du das mit einer Haartransplantation, aber für viele beginnt die Tortur eigentlich erst nach der Haartransplantation an, weil sie sich für die falsche Klinik entschieden haben oder obwohl sie nicht geeignet waren für eine Haartransplantation, trotzdem die Haartransplantation gemacht haben, weil die Klinik ihnen nicht gesagt hat, dass sie nicht geeignet waren, um den Umsatz nicht zu verpassen. Das ist etwas, was unserem heutigen Kandidaten heute passiert sein könnte. Er ist sich nämlich nicht mehr sicher, ob die Haartransplantation die richtige Entscheidung war, weil er das Gefühl hat, dass Haare aus einem Bereich entnommen wurden, aus dem sie nicht hätten entnommen werden dürfen. Hier ist eine Nachricht. Hallo Jakob, ich habe mir Gedanken nach meiner Haartransplantation gemacht, ob das wirklich die richtige Entscheidung war, weil sie den Spenderbereich zu hoch gesetzt haben. Zudem hatte ich vorne Haare, trotzdem wurden dort Haare eingepflanzt. Ich freue mich sehr auf deine Antwort. So, dann schauen wir uns jetzt einmal sein Vorherfoto an, Freunde, und danach das Nachherfoto. By the way, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr dem Video einmal ein Like geben würdet und den Kanal abonnieren würdet, denn damit würdet ihr mich unterstützen und mich motivieren, weiterhin Videos für euch zu drehen. So, und hier ist ein Foto von vor der Haartransplantation. Was wir hier sehen können, ist natürlich ein Haarzustand, mit dem man nicht glücklich sein kann. Ist einfach so, weil er hat sehr stark ausgeprägte Geheimratssäcken und vorne hat er eine Haardichte, die vielleicht bei 10% liegt. Hintenrum wird es immer noch dichter und seine Tonsur ist oder scheint relativ dicht, ist es aber natürlich nicht. Auch dort hat er eine Haardichte leicht über 50% und nicht viel mehr. Warum sieht das trotzdem so dicht aus? Ganz einfach aus dem Grund, weil er eine hervorragende Haarstruktur hat, die eine sehr hohe Abdeckung gewährleistet. So, also für seinen Case eine Haartransplantation ist auf jeden Fall empfehlenswert. Die Geheimratssäcken müssen aufgefüllt werden und auch der gesamte Oberkopf muss aufgefüllt werden. Und wahrscheinlich muss man Richtung Tonsur sogar ein bisschen rein, aber nicht bis an die Tonsur. Und das schauen wir uns gleich an, was gemacht wurde. Aber vorher schauen wir uns den Entnahmebereich an und seine Bedenken. Seine Bedenken waren nämlich, ob von zu weit oben entnommen wurde. Und ich kann seine Bedenken verstehen, denn es wurde hier auf jeden Fall auch außerhalb der wirklich harten Permanent Zone entnommen. Das heißt, der Zone, bei der man sich sicher sein kann, wenn ich dort Grafts entnehme und sie verpflanze, die dann auch bis zum Lebensende auf dem Oberkopf verbleiben. Und dann gibt es die Semi-Permanent Zone. Und da sind sie hier oben drin. Die Semi-Permanent Zone zeichnet einfach aus, dass die verpflanzten Grafts zwar bestehen bleiben, aber einzelne Haarwurzeln rausfallen. Aber bei ihnen sind sie sogar noch weiter hochgegangen und sind in eine Zone, bei dem, wenn der Haarausfall bei einem Novot 7 enden sollte, dann auf jeden Fall noch dieser Bereich an Grafts ausfallen könnte. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist das ein Fehler der Klinik oder was ist da sonst passiert? Das schauen wir uns gleich an. Aber vorher noch einmal dieses Foto. Hier sehen wir nämlich, in welchem Bereich transplantiert wurde. Was wir hier sehen können, ist, in der Front wurde sehr dicht transplantiert. Nach hinten hin wurde es ein bisschen immer undichter. Und die Haartransplantation ist ziemlich weit nach hinten gegangen. In dem Bereich, bei dem er noch gesagt hatte, da hat er noch Haare. Zu den transplantierten Haaren, zu der Fläche zumindest, kann ich auf jeden Fall sagen, das ist absolut in Ordnung. Und genauso würde es jede andere Klinik, die weiß, was sie macht, auch tun. Denn was klar ist, die Haare, die in dem Bereich hier zum Beispiel waren, die werden noch in der nächsten Zeit ausfallen und da müssen auch Haare rein. Also transplantiertes Areal, absolut in Ordnung, alles richtig gemacht. Ob jetzt von der Wuchsrichtung, vom Winkel her, von der Dichte her, alles so in Ordnung ist, kann ich jetzt natürlich anhand des Fotos nicht beurteilen. Aber von der Fläche her war das definitiv in Ordnung. So, so sah unser Kandidat vor der Haartransplantation aus. Und was wir hier gut sehen können, ist das eingezeichnete Areal, das passt. Das Areal, das bepflanzt wurde, ist korrekt und wurde gut bepflanzt. Das ist gar nicht das Problem. Was jetzt das Problem ist, ist der Entnahmebereich. Und dazu wollte ich euch gerne dieses Foto zeigen, Freunde. Das ist nicht mehr unser Kandidat, sondern das ist ein Hardcore Norwood 7. Und was wir hier sehen können, die Permanent Zone ist eigentlich diese Zone, wo die Haare noch vorhanden sind. Weiter unten im Nackenbereich, da fallen die Haare mit dem Alter in der Regel aus oder bei einem Norwood 7 dann auch schon früher. Und hier oben fallen die Haare bei einem Norwood 7 aus. So, wir haben nur dieses kleine Areal. Und was direkt auffällt ist, aus diesem Areal kann man für die meisten Haartransplantationen leider nicht genug Grafts entnehmen. Und man ist sozusagen gezwungen, in die Semi-Permanent Zone zu gehen, um dort auch Grafts zu entnehmen. Nur sollte auch eins klar sein. Die wenigsten Menschen enden bei einem Norwood 7. Das heißt, für die meisten Menschen ist die Permanent Zone größer als bei den Menschen, die bei einem Norwood 7 enden. Und das ist genau der Punkt, den wir hier berücksichtigen müssen. Wahrscheinlich hat man durch Fragen vor Ort herausgekitzelt, dass er nicht bei einem Norwood 7 enden wird. Sein Haarausfallverlaufsmuster sieht auch nicht so aus, als würde er ein Norwood 7 werden. Weil wenn jemand ein Norwood 7 wird, dann zeichnet sich das in der Regel auch daraus heraus, dass er schon an der Tonsur Haarausfall hat. Und er hat ja an der Tonsur gar keinen Haarausfall. Und wahrscheinlich wird sich sein Haarzustand so stabilisieren, wie er jetzt im Moment ist. Es wird vielleicht noch ein bisschen weiter gehen, aber es wird definitiv kein Norwood 7 werden. Ich gehe ganz stark davon aus, dass dies der Case ist und dass deswegen die Haartransplantationsklinik auch weiter oben die Haare entnommen hat. Also heißt, wenn er kein Norwood 7 wird, ist alles in Ordnung. Sehr wahrscheinlich wird er kein Norwood 7. Daher kann man auch hier sagen, der Entnahmebereich war so in Ordnung. Was wäre jetzt die Alternative gewesen? Die Alternative wäre gewesen, dass man jetzt weiter nach unten geht. Aber was bedeutet das, wenn man weiter nach unten geht, weiter in der Permanent Zone bleibt? Dann muss man in der Permanent Zone mehr Graphs entnehmen. Das heißt, die Fläche dort wird mehr belastet. Es werden mehr Graphs entnommen. Und wahrscheinlich würde es dann zu einem Over-Harvesting kommen. Und so kommt es dann weniger wahrscheinlich zu einem Over-Harvesting. Und somit zu einer Lichtung im Entnahmebereich. Und an alles in allem würde ich rückblickend sagen, es war die richtige Entscheidung. Die Klinik hat in diesem Fall richtig gehandelt. Denn A, wird er sehr wahrscheinlich kein Norwood 7 werden. Und B, so wurde der Entnahmebereich in der Permanent Zone weniger belastet. Weniger Gefahr für einen Schockloss. Weniger Gefahr für eine Lichtung. Und alles in allem war das in Ordnung. Bro, das heißt, du kannst mit einem ruhigen Gewissen schlafen gehen. Es war alles in Ordnung. Und selbst wenn, ja, Worst-Case-Szenario, du wirst ein Norwood 6-7 und einige der transplantierten Haare fallen aus, ja, dann kannst du immer noch eine zweite Haartransplantation machen und dir nochmal Graphs aus dem Entnahmebereich entnehmen lassen, aus der Permanent Zone und so das Ganze nochmal verdichten lassen. Aber Fakt ist, wäre man jetzt in der Permanent Zone zu strikt rein, hätte man zu viele Graphs entnommen, dann wäre es sehr wahrscheinlich zu einer Lichtung gekommen, weil einfach der Entnahmebereich auf einmal sehr stark belastet worden wäre. Es ist nun mal so, Freunde, noch eine Information, die sehr, sehr wichtig ist. Es geht nicht nur darum, wie viele Graphs nehme ich aus dem Entnahmebereich, sondern es geht auch um die Frage, wie viele Graphs nehme ich aus dem Entnahmebereich in einer Session. Weil wenn wir dem Entnahmebereich dann nochmal Zeit geben zum Regenerieren, dann können wir in einem Jahr nochmal eine Haartransplantation machen und ganz klar sehen, okay, wo kann man noch Graphs entnehmen, ohne dass es zu einem Over-Harvesting kommt. Aber in einer Session zu viel zu entnehmen, erhöht einfach das Risiko des Over-Harvesting, erhöht einfach das Risiko des Schocklosses. Von daher wurde hier so ziemlich alles richtig gemacht. Alternativ, was man da hätte machen können, ist noch weniger Graphs zu nutzen, die Hairline ein bisschen konservativer zu ziehen. Aber auch das gefällt vielen Menschen nicht. Von daher kann man hier wirklich sagen, war die Haartransplantation, zumindest von den Bildern, die ich hier zur Verfügung gestellt habe, ein voller Erfolg. Und ich würde mich freuen, wenn mich der Kandidat weiterhin auf dem Laufenden hält. Und dann kann ich gerne nochmal ein Video dazu machen. Freunde, damit ihr das Video dann nicht verpasst, denkt an den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.